Wenn du dein Training im Freizeitlook absolvieren möchtest, dann ist das Nike Tailwind Lauftopf vielleicht eine interessante Alternative. Denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, die Funktionalität kommt bei diesem Laufshirt nicht zu kurz. Denn das Material ist sehr leicht und die verwendete Dry-Fit-Faser sorgt für hohe Atmungsaktivität. Das Material fühlt sich sehr weich und haut sympathisch an. Und die weiten Ausschnitte an Hals und an den Ärmeln sorgen für zusätzliche Belüftung. Das Training mit diesem Top wird zum Vergnügen, weil es jede Bewegung mitmacht. Ein Funktionsshirt der etwas anderen Art, das Nike Tailwind Lauftopf. Zu bekommen in unseren Runners Point Filialen oder gleich hier im Shop zu bestellen unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017